Jetzt werde ich es verlassen. Mit einer Eins. Nee, komm, das ist ja absolut letzterlich. Was ist denn das? Ich kann doch nicht jedes Mal eine Eins rüffeln. Wir werden heute folgendes machen, liebe Freunde. Und zwar Super Mario Party, der Online-Modus. Da kam nämlich heute oder gestern raus. Und Niki hat mich so gefragt, ey. Und ich so. Ja. Und deswegen spielen wir Super Mario Party. Und ich habe sogar etwas vorbereitet, liebe Freunde. Und zwar Saufen, Freunde. Maracuja Poncha. Hallo. Bei wem ist dieses Motorrad im Hintergrund? Das war bei mir. Oh, krass, Alter. Wohnst du auch noch auf Madeira oder auf einer Kartstrecke? Ich wohne neben einer Kartstrecke. Die Sache ist, ich wollte euch nur sagen, wir feiern ja eine Party. Ich habe hier Maracuja Poncha am Start. Also du bist besoffen. Nee, ich bin nicht besoffen, ich bin noch nüchtern. Aber wenn ich letzter werde, dann ächse ich das. Also kannst du es quasi schon mal ächsen. Niek wird halt so verlieren. Ey, weißt du noch das letzte Mal, wo wir das gespielt haben bei mir? Das war das letzte Mal, wo ich dieses Game angefasst habe. Also ich glaube, ich auch. Was ist die beste Map? Lass mal kurz überlegen. Ich habe keinen Plan. Warte, ich weiß, was die beste Map ist. Ach nee, die war in Mario Party 2. Scheiße. Guck mal, wo das Ding ist. Für mich wäre es auch in Ordnung, wenn so Kiba gewinnt. Aber es wäre nicht in Ordnung, wenn Niek gewinnt. Besonderes Ereignis. Das war ein besonderes Ereignis. Habe ich schon genug für einen... Ah, no, habe ich nicht. Das finden wir jetzt heraus. Also ich sage 20. Nee, ich glaube, das ist weniger geworden. Mario Party ist ja jetzt für Pussis, deswegen kostet das nur noch 10. Also einfach nur unfair dieses Game. Lass dir eigentlich schon mal die eine Mische reinsippen. Oh, was passiert, wenn ich da raufgehe? Nein, du's nicht. Oh, jetzt könnt ihr nicht mal durch. Yo, yo. Der Stern ist ganz für mich alleine. Ja, ja, da kommst du auf das Ereignisfeld. Aber das ist wirklich dieses Ausruhezeichenfeld bei den alten Mario Party Spielen. Ach, nächstes Pechfeld. Ach so, ja gut, dann vergiss, was ich gesagt habe. Wenn jetzt der Stern versetzt wird, dann weine ich. Geht mal her, dann kann ich mir den leisten. Bitte nicht an den Weg, bitte nicht an den Weg. Bitte, 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 bitte. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Alle gegen alle? All right. Oh nein, das ist hier. Oh, oh, oh. Das kann ich gut, die Bewegung. Ich kann mir jetzt zwei Sterne kaufen, oder? Ja, Mister, ich kann zwei Sterne kaufen. Warum gehst du zum Pechfeld? Ich will das. Ja, ich weiß auch, warum. Weil er den Stern... Warte mal, wie? Nee, komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Bitte nicht. Nein. Nein. Und du kannst weiterlaufen, oder was? Bitte mach weiter. Ja. Kauf einfach alle weg. Ähm, du kaufst hier zwei Sterne jetzt weg, ne? Wie willst du das nochmal machen? Das ist ja nicht wahr. Der läuft noch weiter. Also, wer hat denn so viel Pech? Yo, Leute, es ist Minispielzeit. Habt ihr Lust? Ja. Oh nein, man muss so eine komische Bewegung machen. Hä, wie fährt Goomba überhaupt? Ja, der hat doch Füße. Los. Komm mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck dir das mal an. 7,35 und 7,5. Das war so knapp zwischen Bo und mir. Mann, das ist ja mega unfair. Komm, die Sache ist, du kannst jetzt drei Sterne, kaufen, was sollen wir da noch machen? Ne, man kann immer nur einen Stern kaufen. Seriously? Ja, seriously. Seriously? Wenn der Maracuja-Punche kickt. Du hast doch noch nichts getrunken. Hä, doch, ich trinke die ganze Zeit. Ich dachte, du trinkst ihn, wenn du verlierst. Ne, 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 ich trinke, ich extra nochmal, wenn ich verliere. Aber ich glaube, ich habe gehört, der da am Anfang gut ist, der wird am Ende verlieren, ne? So war das doch. Ich habe gehört, Dummer Bockblen macht daraus ein Megavideo. Oh, das wäre actually... Das wäre mega kacke. Weil das ja unser Content ist und ständig benutzter Content von anderen Leuten für seinen YouTube-Kanal. Ja, und wir bekommen dann die einen Cent von ab. Ja, Mann, was ist das? Was fällt dir einem, du dummer W***? Ich glaube, ich habe noch nie die rechte Seite, die Spielfeldes verlassen. Aber jetzt werde ich es verlassen. Ja, am besten. Mit einer Eins. Ja, komm, ich... Ne, komm, das ist ja absolut letterlich. Was ist denn das? Ich kann doch nicht jedes Mal eine Eins dürfen. Also eigentlich muss ich jetzt nur nicht getroffen werden. Genau. Mach mir yeah, schnell, yeah. Mach yeah. Yeah. Yo, jetzt sehen wir endlich, was die Wolke macht. Leute, seid ihr ready? Yo, ich bin Slakytun. Weißt du, was du bekommst? Ich werde einen Gegner, einen Stern oder Münzen für dich klauen, Junge. Okay, weißt du was? Ich mache das einfach. Und dann klaue ich einfach Waluigi einen Stern. Den Stern habe ich mir verdient. Bisschen noch, als ich letzter war. Aber dann klaute ich mir den Stern von Waluigi. Und alles änderte sich. Und alles änderte sich. Nein, nein, nein. Holt dir nicht die Röhre. Nein, hol dir nicht die Röhre. Nein, du hast die Idee... Oh mein Gott, nein, das ist so unfair, weil du 80 Münzen hast und für dich ist das wenig Geld. Nein, immer diese reichen Menschen. Ich hasse Reiche. Ich soll mal mehr Steuern zahlen. 100% am besten. 100%... Nein, kauf dir nicht die Röhre. Nicht die Röhre. Nicht die Röhre. Yo, wir haben doch gesagt, nicht die Röhre. Du hast es geschafft. Kauf dir den Stern. Aber du bist trotzdem nicht in Smash. Ich klaue dir den Stern, wie ich jetzt war der Erste. Ich nehme auf den Ersten. Eigentlich muss ich die Münzen verlieren, weil Boo hat ja gesagt, dass Boo den Erstplatzierten beklaut. Die Sache ist, eigentlich wäre das jetzt schlaut, das zu benutzen und dann Boo Münzen zu klauen. Aber weißt du was? Ich bin ein Ehremann, Boo. Ich mache es nicht. Boah, das merke ich mir. Ja, das merkst du dir jetzt, ne? Oh, ein rotes Feld. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, ich bin nicht mehr Erster. Und ich habe Boo die Münzen nicht geklaut. Das muss man dazu auch erwähnen. Kiba, vergiss nicht, wer immer korrekt zu dir war. Ja, ich. Und vergiss nicht, wer sich immer über dich lustig gemacht hat. Ich habe mich noch nie bei Kiba lustig gemacht. Ist das da hinten Apo Red? Auf trocken, meine Freunde. Die Sache ist, eigentlich will ich gar nicht gegen Boo kämpfen. Nee. Weg, willst du? Ach so, ja. Alter, wegkommt er gar nicht. Er ist nicht hier, er macht nichts. Ey, doch. Oh, das ist ja so unfair. Ich habe mir mega Mühe gegeben. Hä, ich habe gespielt, wie ich konnte. Ich bin einfach nicht gut in dem Game. Yo, 13. So alt war ich mal. Aber es gibt hier bestimmt ein paar Zuschauer, die noch nie so alt waren. Ja, Alter. Überleg dir wirklich einfach, was sie vernünftig ist. Kiba. Ich denke, bei Mario Party 2, wenn die Computer ausfällt, ist es immer so, tippen so nach links, rechts, links, rechts und dann zack. Was? Du bist so dumm, Alter. Es ist so dumm, dass du das machst. Hä, überrascht dich das? Wieso überrascht dich das? Guck mal, jetzt können wir alle gemeinsam auf Boo gehen. Das ist doch schön. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, Boo. I'm sorry. Hör auf. Du hast sowieso genug. Ich kann dir nur 5 bis 10 Münzen klauen. Gönn doch mal. Ich kann dir den Stern klauen. Ich weiß es doch. Nein, gönn doch mal. Nein. Ich klaue dir nicht den Stern. Ich werde den Stern klauen. Ja, aber nicht dir. Doch. Hä, wieso sagst du doch? Komm schon. Okay, ich brauche die Erlaubnis von euch allen, dass ich auf Zufall drücken darf. Ja, komm. Okay, was sagt Goomba? Goomba, soll ich Zufall machen? Nein? Nein, wen soll ich machen? Wen soll ich machen? Das ist mir egal, außer mir. Ich spocken, weißt du? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, no. Ey. Das ist nicht meine Schuld. Ich werde argumentieren, dass man im ersten seinen Stern wegkommt. Moment. Es war eine Abstimmung. Drei Sterne wurden mir geklaut. Für insgesamt 90 Münzen. Yo, guck dir diese Armee hinter mir an. What the fuck? Lass diesen Pfont da jetzt töten. Yo, das ist ein Bosskampf. Ja, ich würde gerne durch. In den Club. In den Club. Komm ich in den Club? Hast du deinen Perse dabei? Nee, leider nicht. Schade. Du siehst so sportlich aus. Ja, wie viel Pech kann ich denn jetzt haben? Also, ich habe ja nichts. Was willst du mir nehmen? Ich habe nichts. Du kannst mir nichts nehmen. Magi Koopa oder Kamek oder wie auch immer du heißt. Nein. Das ist doch genau die gleiche Scheiße. Das ist halt so heiß die gleiche Scheiße. Das ist genau das Gleiche. Geile. Komm zu mir. Nein, wohin? Toadette ist schon eine Süße, oder? Ich finde schon. Ich würde hier gerne so in die Wange kneifen. Bro, die ist elf. Welche Mario Lore sagt denn, dass die elf ist? Ja, neun oder so ist die. Auf die Glocke. Auf die Glocke drücken, Leute. Das wird hart. Das wird hart. Yo, fuck. Oh mein Gott, ich stecke fest. Stopp, Bro, I'm stuck. Hallo. Nur noch einen rauf. Digga, das ist Ende. Ja, kann man nichts machen. Das war eine schöne Party. Jeder hatte Spaß. Wir hatten nun gewonnen. Okay, der erste Bonusstern ist ein Itembonus. Keine Ahnung, Költe. Der hat Niek. Keine Ahnung. Ja, ja, ich glaube, das war nieklich. Nee, könnte echt noch gewinnen. Der Bonus geht an. Waluigi. Was? Blitzerbonus, scheiße. Oh mein Gott, das ist auch niek. Oh mein Gott, nein. Niek gewinnt. Ja. Gruppenbonus. Nein. No. Oh mein Gott. Er hat alles gewonnen. No way. No way. Das ist, das ist klar. What? Oh mein Gott. Was kann das denn? Wir können eine Laune von minus 100 auf plus 200 so schnell umschwenken. Aber es geht ja um Spaß und nicht hat viel Spaß. Ja, jetzt haben wir auch viel Spaß. Aber ey, ich muss nicht sippen. Ich muss keinen Makuya-Puncher-Echsen. Ey, du hast 420. Ja, 420, let's go. Das war eine richtig nice Runde. Ja, jetzt auf einmal war das eine richtig nice Runde. Alright, Leute. Das hat übertrieben Spock gemacht. Das war Super Mario Party Online zusammen mit Niek, Barker, Zirk und Kiba. Haut rein. Tschüssi Kowski. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute. Tschüssi Kowski.